Das ist euch Gott miteinander, Sepp ist da, Walter Berg. Momentan habe ich Premiere-Time, seit gestern bin ich auf Facebook. Voll lustig mit euch, danke voll. Und ich mache mein erstes Unboxing-Video. Das heißt, irgendwie werde ich schon langsam nochmal. Schön, dass ihr zuschaltet. Wir schauen uns jetzt etwas an von der Firma FanQuest aus Amerika. Wenn ihr euch die amerikanischen Buschkafter so anschaut, da sind viele dabei, die schon mit denen eine Artikel hantieren. Taschen und Stoff und Materialien. Und die haben wir dieses Paketl da geschickt. Und da schauen wir jetzt einmal gemeinsam ein. Was zum Studieren? Schauen wir da noch. Ein schönes Begleitschreiben war dabei. Ah ja, diesen Pouch, diesen Sack, habe ich bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Also das Ding ist super. Braucht genau gar keinen Platz. Und meistert der Klettverschlüsse. Ah, jetzt weiß ich was das ist. Das ist für meine Algenie, für meine Wasserflaschen. Geil, oder? Das ist echt super. Und viel leichter wäre der Ledersack, den ich gebaut habe. Also da hat zukünftig meine Wasserflasche, die neue, diese Literflasche drinnen Platz. Das ist ein super Sack. Voll stabiles Material. Das ist gerne in einer, weißt du schon, das ist das Besondere an diesem Fan-Quest. Aber dass das Ding auch noch so leicht ist, das taugt mir. Ich bin ja da nicht so gut mit diesen Stoffen und Marke und Klumpert. Aber ich habe ja letztens das G1000 da von Fell Riven einmal ein bisschen genau so betrachtet. Und das ist eigentlich auch sehr leicht. Und das genau so. Das taugt mir voll, dass diese super stabilen Stoffe, dass die kein Gewicht mehr haben. Also leichter als wie die normale Feldflaschentasche. Super stabil. Danke Alex. Danke Alex. Geil. Mit dem Testing ist es mir zur Hauptsache gegangen. Schaut, das ist dieser rechte Schulter. Wofür seht ihr da was? Dieser rechte Schulter Rucksack, Taschen, Beutel, was auch immer. So ein bisschen schon tactical mäßig. Geil, oder? Das sind Verschlüsse hier. Hoffentlich halten sie auch in der Köthen. Ich werde das Zeug natürlich wieder entsprechend austesten und probieren, bevor ich da großartig Review mache. Jetzt einfach einmal nur zu zeigen, das gibt es. Ich habe es. Es war halbwegs leicht, das zu kriegen. Deutsche Einfuhrzahl war halt noch mit drauf. Aber die haben bestimmt auch mal einen hiesigen Händler, nehme ich an. Und dann kann man das normal beziehen. So muss es halt ein bisschen, weißt du schon, dauert es halt ein bisschen. So, das ganze Ding ist schwer. Das ist eine Polsterung und ich weiß noch nicht wozu. Ohne das ist schon leichter. Super stabil, super massiv. Große Taschen drin. Alles mit einem wahnsinns Klettverschlüsse. Das kann doch nicht zuordnen, was das ist, oder? Da kommt irgendwelche Distanzen und Sachen einbauen. Oder Zwischenböden oder so. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht finde ich es heraus. Was einfach das geil ist, dass wirklich für alles ein Fach da ist. Dass alles irgendwo separat unterbringen kannst. Extra einhaken kannst, verschnüren kannst. Und halt überall, mit denen Klettverschlüsse Sachen drauf befestigen kannst. Da auch noch so eine super Tasche. Also ich möchte das ein bisschen als, weißt du so ein Beutel, wo man halt alles wirklich beieinander hat. Wie Back-Out. Weißt du so, wenn du schnell das Haus verlassen müsstest. So ein Beutel möchte ich mir ein bisschen draus machen. Und natürlich in verschiedene Videos mitnehmen und ausprobieren. Und momentan für meine kleinen Videos, meine Tagespflanzenvideos möchte ich den mitnehmen. Wo ich meine Kamera und die nötigsten Kleinigkeiten mit habe. Cool. Also für Wanderungen, für Straßen, Karten, Mappen. Oder sagen wir für ein bisschen eine taktische Geschäftstasche. Macht das einmal einen super guten Eindruck. Ich werde das Teil einmal mit meinen verschiedenen Ausrüstungsgegenständen bestücken. Und euch dann einfach einmal zeigen, was ich wo so drinnen habe. Und bei den zukünftigen Videos nehme ich den jetzt einmal mit. Und dann sage ich euch immer extra, was ich wirklich davon halte. Vor allem tut es mir gut. Herzliches Dankeschön nochmal an den Alex von der Firma. Und wir sehen uns wieder mit diesem coolen rechte Schulter Rucksack. Lässiges Ding. Tragt sich total super mit dem breiten Gurt. Weißt du ja? Da kannst du auch noch alles möglich reinstecken. Und es ist einfach, weißt du ja? Das ist was schnelles. Nicht da die eine Schlupferei an. Für so einen Sack hat. Also das tragt man echt dran. Da kann man es zur Not noch irgendwie sichern. Die ganzen Verschlüsse zeigen mir nur Firmwaren. Aber alles ist super Qualität. Also diese ganzen Druckknöpfe und so. Das ist echt was stabiles. Was ordentliches. Das gefällt mir auch. Cool. Schau, das kannst du dann auch noch extra festmachen. Okay Leute. Das ist es für heute. Schönes Wochen wünsche ich euch. Und bis bald wieder. Sepp von Altanberg. Ciao. Für dich geht's aussehen.